Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Replay. Ha, Wortbiz. Und jetzt Tischtennis. Okay, aber ich schätze mal, ja das sieht schon scheiß aus. Ich kenne das auch, aber das... Also am Anfang ist es eigentlich noch leicht, aber am Ende wird das richtig asozial. Also richtig pervers wird das. Nein, nicht das pervers, was ihr meint. Wenn ich richtig bin, dann ekelhaft schwer. Boah, ich habe einen Zuschauer mehr. Ich bin berühmt. Mein Ziel ist 100. Ich glaube, ich spiele das auch sogar mehr als jetzt nur ein Versuch, weil sonst ja der Part ein bisschen kurz. Obwohl ich gut bin. Also ich will schon, dass er paar drei Minuten wird. Okay, jetzt was. Jetzt ist er ein bisschen schneller. Das heißt ein bisschen, jetzt dreht er schon komplett durch. Also wer so schnell in Wirklichkeit spielt und dann auch noch trifft, der muss schon ein bisschen plümplüm sein. Also so ein 10-Jähriger, der das schafft, ist schon ein bisschen. Ein krasser Pro. Oh, mein Ziel ist eigentlich 100. Ich glaube, mein Rekord war irgendwas mit 180 oder so. Zum Glück habe ich ein ziemlich gutes Reaktionsvermögen. Oh, hier musst du dich einfach richtig krass konzentrieren. Und jetzt chillt er mal wieder. Und jetzt dreht er wieder durch. Durch. So, jetzt dreht er wieder durch. Das Ziel habe ich hier auch schon geschafft. Also das habe ich auch ungefähr ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe eigentlich ganz viele Wii-Spiele schon jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr gespielt. Also so um die fünf locker. Oh, jetzt dreht er komplett durch. Alter, das ist noch viel schneller als eben. Boah, Alter. Einfach mal bam, 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 bam und dann voll schnell nach links. Okay, 148 Bälle. Ist das überhaupt in den Top 5? Nein. Wow, das ist aber ziemlich knapp aneinander. Da habe ich oft immer viel gespielt. Ich würde einfach mal sagen, ich mache noch einen Versuch. Aber mein Ziel ist wirklich einfach immer noch 100. Jetzt nicht 150 oder so. Deswegen. Aber man fang jetzt einfach noch richtig langsam. Sogar langsamer als in der Wirklichkeit. Und ob so 20, da wird er dann schon schneller. Jetzt kommt er so vor, es wird er jetzt noch langsamer. Bam. Das mache ich jetzt noch einmal, weil das wäre jetzt eigentlich ein bisschen dumm. Ich würde einfach nur stylisch machen. Das ist dann jetzt auch der letzte Versuch. Aber nicht wie Paluten das immer meint bei Happy Wheels. Ja, ja, das ist jetzt der letzte Versuch. Und fünf Minuten sagt er immer später, ja, das ist jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Und macht das einfach immer weiter. Ich glaube, es gibt dann immer so einen Tag Fußball und einen Tag hier das, beziehungsweise wenn das dann hier fertig ist, ein anderes Spiel. So, jetzt gerade schon knapp bei der 32 oder so. Oh, ich muss aufpassen. Ich darf wohl nicht zu weit nach vorne, weil wenn er, weil dann kann es auch sein, dass ich den Ball treffe, wenn er noch gar nicht auf meiner Seite aufgetitscht ist. Das ist irgendwie wie Ping-Pong, weil die Bälle fliegen hier richtig hoch. Ja, ich glaube, das ist Ping-Pong. Ist ja auch von den Asiaten hierhergestellt worden, das Spiel. Von Nintendo. Vor meinem Hintergrund richtig viel Nintendo Wii-Werbung. Ich würde aber sagen, das Ziel habe ich geschafft, auch wenn ich es beim zweiten Versuch jetzt nicht geschafft habe. Das war halt nur Dummheit. Jetzt wird er nochmal richtig schnell. Ah, mein Bein juckt. Richtig bindete Situation dafür. Ah, jetzt kratzen. Okay. Okay. Vielleicht habe ich es auch besser als beim ersten Versuch. Besser als beim ersten Versuch. So, willst du mich ausschricksen? Willst du mich hier ausschricksen? Ich glaube, das ist sogar mehr als beim letzten Mal. Okay, jetzt dreht er total durch. Also, jetzt sehe ich fast gar nicht mehr, wo der Ball hinkommt. Oh, jetzt macht er wieder was langsamer. Zumindest schon mal besser als beim ersten Alter. Der hat gerade eben irgendwie angetauscht oder so, glaube ich. Zumindest schon mal besser als beim ersten Versuch, ob ich jetzt in den Top 5 reinkomme. Ich glaube, da verbrauche ich 175. So, dann wäre ich jetzt schon mal in den Top 5. Vielleicht habe ich auch... Oh, mein Alter. Jetzt rast du der komplett aus. Richtig overpowered schnell. Boah, Alter, bist du behindert? Alter, neun Highscope, boah. Boah, vielleicht leckt das sogar so schnell ist das. Alter, das ist ja richtig krank gewesen. Oder brauchst du das aber powerste Reaktionsvermögen ever? Mein Ziel habe ich jetzt sogar deutlich getoppt, würde ich jetzt schon sagen. Jetzt ist der Part... Ich dachte einfach mal so am Anfang, der Part so 1-2 Minuten lang. Jetzt ist das schon, glaube ich, sogar länger als 10. Das ist die ganze Zeit nur hin und her spielen. Bester Part ever. Komm, in der Vierteltausend schaue ich auch noch. Ja, das... Spiel jetzt so lange weiter, bis ich aufhören muss, oder... bis ich geschlagen worden bin. Es wäre einfach total lame, aber auch irgendwie lustig, wenn ich bei 1000, der dann so einen Fehler macht, und ich dann einfach mal so gewinnen würde. Okay, jetzt rostet... Ah, das war's. Ja, 9 Minuten, 275 Bälle, richtig nice. Ich weiß nicht, ob ich Platin schon hatte. Bestleistung und Platin. Richtig schön. Richtig fett vor allem. Die ist ja fast 1 Meter groß. Ja, die an der Wand aufzuhängen, könnte was schwieriger werden. Aber egal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir dann Mie-Posen-Spiel spielen. Und da habe ich schon Gold. Ciao.